Hallo und herzlich willkommen wieder zurück beim nächsten Commander Keen Part, der nicht lange auf sich warten ließ, naja mehr oder weniger. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube ich habe vergessen zu erwähnen, dass es mittlerweile eine Version 1.1 von Atroxian Realm gibt, die ein bisschen aufgebessert worden ist und die etwas Nettes bei sich hat. Und zwar, wenn man jetzt im Spiel auf F2 drückt, wird hier angezeigt, was einem eigentlich aus dem Level hier noch fehlt. Also wenn man irgendwo irgendwelche schönen Sachen vergessen hat, dann sieht man hier eine kleine Auflistung, was das gewesen ist. Zwar nicht wo, natürlich, weil das wäre ein bisschen zu einfach, aber ich denke, dass es ein nettes Feature ist und das wollte ich euch mal zeigen. Also, wir waren hier jetzt das letzte Mal in diesem So... Äh, bin ich echt so hoch gesprungen? Ich, ähm, ich lade einfach mal die Stelle, weil das ist mir zu blöd. Okay, einfach nicht zu hoch. Die Dinger sind hier auch wieder da. Hier müsste gleich noch einer sein, oder? Ja, da ist er ja schon. Genau, wir haben das letzte Mal festgestellt, dass wir da oben lang müssen. Das machen wir jetzt einmal, damit es ja nicht irgendwie ganz so blöd wird. Okay. Das ging ja. Wir versuchen es jetzt mal wirklich geschmeidig. Und ich versuche jetzt wirklich auch mal nicht nonstop zu speichern. Was einem nicht einfach fällt, aber ja, so ist es. Okay, und wie war das jetzt hier unten? Okay, hier nach oben geht es nicht, aber hier geht es irgendwie lang, oder? Genau, das wollte ich mir holen. So eine Form von Mini-Mini-Secret. Ja, ich, 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 ich mache es ganz langsam, ne? Weil ich möchte jetzt hier gar nichts irgendwie verplempern. Was ist denn das Rote da? Achso, das ist die Pflanze. Okay, das war mal okay. Gut, damit würde man jetzt hier eine Tür öffnen. Jetzt ist die Frage, welche? Ignoriert das einmal. Ignoriert das, bitteschön. Also das ist wirklich so eine tolle Sache. Hier bei Windows 7. Ja, ich benutze weiter Windows 7. Und das wird sich nicht ändern. Und hin und wieder bekomme ich so eine Meldung. Ja, es gibt irgendwas Neues für Microsoft Office. Und ich denke mir so, was interessiert mich das denn? Ich nutze Microsoft Office nicht. Oh, oh. Oh. Lol. Das war jetzt absolutes Glück. Okay. Und hier würde uns jetzt auch irgendwas fehlen. Nehme ich mal an. Aber, ich habe vorhin etwas Interessantes gesehen. Und ich wollte ja gucken, wie man da rankommt. Seht ihr das? Wie komme ich an dieses Secret? Pff. Wie komme ich da ran? Ich überlege gerade. Wie? Ich glaube. Wisst ihr was? Ich speichere hier mal kurz. Ich glaube. Das geht doch von der anderen Seite, oder? Ich wette. Man muss hier nämlich unten irgendwie lang. Also irgendwie. Das muss doch irgendwie so gehen. Weil anders kann ich mir das jetzt nicht erklären. Geht das? Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ja, ansonsten geht das ja nicht. Also ich habe schon gesehen, dass es irgendwie extrem verdächtig ist. Aber, keine Ahnung, wie. Ich weiß jetzt nicht mal, was ich gedrückt habe. Überhaupt nicht. Komme ich denn jetzt da hoch? Ne. Oh, okay. Ich wäre jetzt fast gestorben, weil ich jetzt nicht bemerkt habe, dass ich wieder oben bin. Ja, das sind so die Dinge, die man immer so ein bisschen rausfinden muss. Weil man sieht ja nicht, was hinter der Wand los ist. Könnte, weiß Gott, was los sein. Und es könnten solche Stangen vorhanden sein. Und ich habe keine Ahnung. Aber okay. Und ich wette, wenn man den linken Schalter jetzt hier betätigt, dann müsste die Tür hier aufgehen. Ne, nicht aufgehen, sondern diese Plattform müsste dann wieder da sein. Diese Luke. Hm. Na gut. Gucken wir mal, was es hier wo weiter gibt. Ich speichere hier jetzt mal wieder vor der nächsten Herausforderung. Ich glaube, so viel speichern ist mal gestattet. Okay, return to the game. Oh, ne. Das war ein bisschen... ...WLAN-Platz. Oh, ne, ich lade. Das ist mir zu blöd. Ich habe jetzt zwei Leben geholt, aber mein Leben riskiert. Und jetzt soll ich jetzt irgendwie vom Checkpoint aus beginnen? Nö. Okay. Na, zumindest ist das nicht jetzt so ultra gemein. Äh. Ach. Seht ihr... Ist meine Maus überhaupt da? Ne, die seht ihr jetzt nicht. Gut. Ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, dass da vorne schon... Oh, nicht speichern. Hilfe. Dass da vorne schon mittlerweile so eine Insel ist zum... Absetzen. Ja, ja. Es beginnt wieder. Es beginnt wieder. Na? Also, irgendwo... Reicht das auch mal. Okay. So. Ich kann hier ruhig stehen bleiben. Es passiert gar nichts. So. Okay. Und hier ist Ende im Gelände. Okay. Okay. Das ist wieder so. Ganz lustig. Oh. Und hier ist ein Schalter. Und wohin bringt... Das bringt mich jetzt wieder zurück, oder wie? Aber ich habe hier... Oh. Hier ist der... Ich habe den gar nicht bemerkt. Ich habe den absolut gar nicht bemerkt. Okay. Ähm. Gut. Dann hätten wir das hier... Also gut. Die Checkpoints, muss ich ehrlich sagen. Die sind hier cool gemacht worden. Weil das wirklich jetzt nicht so... Wenn wir ganz ehrlich sind, das war jetzt die linke und die rechte Seite. Also die quasi Key-Herausforderungen. Die waren jetzt nicht so... Äh. Schlimm. Das hätte man noch ohne Speichern hinbekommen können. Aber nee. Also... Ich... Ich offensichtlich nicht. Das über der Tür. Das sieht ja mal interessant aus. Was auch immer das ist. Oh. Das ist ja ultra gemein. Was ist denn das? Nichts? Okay. Oben sind Stacheln. Und hier kommt doch ein Viech. Bin ich nicht... Also... Die Intuition, die funktioniert hier... Oh, dermaßen. Ich dachte schon, ich hätte hier meinen Schüss verschossen. Oh. Aber nee. Ja. Ja. Was tutet ihr denn da draußen, ihr dämlichen Autos? Ohne Tuten geht wohl gar nichts. Ganz langsam. Gehen wir erst oben oder unten lang? Da. Ganz, ganz easy. Ah. Ah. Was? Was bist du denn für einer? Okay, hier geht es nicht lang. Für die zwei Schüsse war es aber okay. Okay. Aha. Aha. Okay. Das war... Das war nice. Und es war tricky. Und es war... Einfach schön. Aber es war... Aber es war wirklich schwer. Also wer jetzt da... Also ohne Witz... Also daran merkt man. Das Commander Keen... Also dieses Spiel... Überhaupt nicht für Leute gemacht ist, die Keen nicht kennen. Also damit würde ich definitiv nicht anfangen. Wenn ich die Chance hätte, Keen halt eben zu spielen. Also auf jeden Fall... Nö. Oh Mann. Die Spinnen des Todes. Was ist das? Ich versuche alles zu drücken, ne? Pff. Oh. Ich habe das Ding gar nicht gesehen. Die wollte ich holen. So. Wie viel fehlt uns denn? Guckt euch das an. Dress Bugs, 40 Bonus Items und 5 Schüsse. Oh Mann. Kann man sich eigentlich ducken? Ach, hier wäre schon das Exit. Okay. Geschafft. Sehr nice. Alles klar. Das nächste Level haben wir jetzt auch geschafft. Oh. Und hier wäre schon das nächste. Alter. Seht euch mal das Design hier an. Also das ist wirklich richtig nice geworden. Also ich kriege jetzt Angst, dass ich jetzt irgendwelche Level verpasse. Ähm. Gingst. Ah, ne, ne, ne. Okay. Hier glaube ich... Hier bin ich von hier aus bin ich ja gekommen. Dann machen wir einfach... Äh. Kann ich hier nicht durch? Ne, offensichtlich nicht, oder? Ne, ich komme da erst... Oder? Wieso? Wieso komme ich hier nicht durch? Ach, die sind geschlossen, oder was? Ich weiß nicht. Hm. Versuchen wir es mal hier aus. Ist das ein Level? Okay, hier aber. Larvage Lagoon. Bums. Wie ihr gesehen habt im letzten Part, also in diesem... Ich bearbeite aktuell nicht so viel. Weil ich einfach nach dem Motto quasi meine Videos produziere. Ja, ich mache erst... Ich mache nur dann was, wenn ich wirklich Lust dazu habe. Und aktuell ist das halt nicht so. Also wenn ich mir jetzt so vornehmen würde, ja, bearbeiten, so wie immer und die ganze Zeit, dann hätte ich vermutlich absolut keine Motivation, irgendwas zu spielen. Und das ist ja wohl nicht der Sinn der Sache. Also wie gesagt, ich mache nur dann was, wenn ich wirklich Bock dazu habe. Das ist jetzt kein Standard, den ich mir auferlegt habe. Und ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, an der viele Let's Player oder YouTuber dann irgendwann mal scheitern, weil sie sich halt im Vorfeld gewisse Maßstäbe setzen. Warum ist da ein Pfeil? Ich möchte aber in die andere Richtung gehen. Was ist das denn? Kann man das anschieben? Also... Wisst ihr was? Ich muss das austesten. Ich muss das austesten. Was ist denn das? Ach, das ist gar nichts. Also, es bewegt sich, aber alles ist gut. Ja, aber auf das Thema zurückzukommen, deswegen bearbeite ich einfach meine Videos nicht, weil ich ansonsten gar keine Videos vermutlich machen würde. Wenn man, ganz ehrlich, man hat nicht immer so viel Zeit. Man möchte zwar etwas spielen, man möchte weiter Let's Playen. Man möchte zum Beispiel dieses Spiel den ganzen Leuten zeigen, die Keen zum Beispiel überhaupt noch nicht kennen, die aber trotzdem meinen Kanal verfolgen. Ja, und man macht es nicht, weil man sich irgendwelche Maßstäbe auferlegt hat, auf die man zum Beispiel dann nicht so wirklich die Motivation hat. Und ich bin einfach der Meinung, statt gar keine Videos zu machen, macht man halt dann eben solche, mit denen man halt eben zurechtkommt, die natürlich aber auch einen gewissen Grad an Qualität haben. Also, ich würde jetzt zum Beispiel nicht aufnehmen, wenn ich absolut keinen Bock hätte zu kommentieren und gar nicht zu spielen. Das ist ein komplettes No-Go bei mir. Aber ansonsten, tja, dann halt ohne Bearbeitung, mein Gott. Machen wir das einfach oldschool-like. Ja, und sobald die Lust dann wieder da ist, dann wird dann wieder ordentlich schön bearbeitet. Aber soviel zum Thema. Okay, ich merke schon, ich merke schon. Ich habe jetzt vermutlich 1000 Secrets verpasst. Ich... Ja, das ist... Versuchen wir das einfach mal. Eins... Nehmen wir die Herausforderung des Level-Designers mal hier ein bisschen an. What the freak? Das wäre jetzt ins Auge gegangen. Oh no. Gott sei Dank. Gott sei Dank passiert nichts, wenn man auf den Stangen ist. Das wäre ja... Es schwimmt ja noch was im Wasser drin. Nirgends abgespeichert, oder? Moment. Load? Habe ich irgendwo abgespeichert? Naja, doch hier. Das ist in Ordnung. Okay, das sieht verdächtig aus. Und dieser Übergang. Kommt man hier irgendwie hoch? Ja! Man kommt hier hoch. Aha. Oh, da oben wäre da jetzt eine Plattform gewesen. Okay, das ist jetzt wirklich mal nice. Hier springen kann ich gar nicht. Ich kann jetzt nur auf die Plattform so ein bisschen... Ja, mich fallen lassen. Was ja auch recht nice ist. Es ist ganz lustig, dass man hier in den Level wirklich ein bisschen rumgurken muss. Und das Ganze nicht so... Ja. Na, wo bleibt denn die Plattform? Dass das Ganze nicht einfach so... Ja, keine Ahnung. So ein Schlauch-Level halt eben ist. So... The freak. Hä? Wir versuchen es einfach einmal. Ich meine, es muss doch irgendwie gehen. Und da die Stange versteckt war, muss sich das Ganze um ein Secret handeln. Oder ich bin einfach... Ne. Das muss so sein. Bringen kann man überhaupt nicht. Und? Wie geht's euch so? Okay. Jetzt hat's... Pfff. Jetzt hat's geklappt. Wer mich erschießt? Hier gleich irgendwas. Gut, die Dinger gibt's hier auch. Oh-ho. Oh-ho. Nice. Das war jetzt mal wirklich nett. Das war wirklich ein sehr, sehr nettes Secret. Und Gott sei Dank sind das keine Skypads, sondern irgendwelche freundlichen... Oh- Okay. Nö, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Vergesst es. Äh, wo ging's hier runter? Hier. Okay. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich diesen Part. Denn wir werden im nächsten Part sehen, wohin uns diese Stangen hier führen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden im nächsten Part weitersehen, wie es hier mit den Achtruxianern weitergeht. Bis dann.